Willkommen zurück und lach ja nicht. Lach ja nicht. Wer denn? Du. Wer ist ich? Ich weiß es genau. Ein großes... Black findet statt. Okay. Was ist denn das für ein Schleim da? Das ist kein Schleim. Guckst du. Das ist ein Trio-Tech. Ach so. Fuck. Du hast eine Leiter. Ich werde noch nie gesehen. Ich schon. Psst. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Weißt du es noch? Du hast den Part noch mal gar nicht hochgeladen, oder? Doch. Psst. Ah, okay. Du hast ihn nicht gesehen. Danke. Ich schaue alles anderes von dir an. Ich schaue Zelda an. Ich habe sogar das Luffy angeschaut. Und was schaust du bei mir an? He he he. Wenn du Pro-Hactical spielst, wo ich entweder noch selber spielen will, oder... Kein Bock hab ich ihn anschauen. Kann ich auch nix machen. Ähm. Final Fantasy müssen selber noch spielen, oder? Genau. Und auf Essence-Creator hast du keinen Bock? Nee. Ich hab die Schacht auch schon seit Monaten rumfliegen. Also spielst du selber, aber ich muss jetzt noch mit dazu kommen, dass ich es installiere. Ja, so geht's hier mit auf. Okay, installieren tue ich es eigentlich immer gleich, aber spielen ist eine andere Frage. Ich bin ja nicht mehr zu installieren gekommen. Das letzte Mal, was ich mitbekommen hab, was du, äh, gar kein Plan hast, wo du eigentlich hin musst. Ja, das wollte ich ja. Aber es war ja nicht mehr. War es die letzte Folge, wo du kein Plan hast? Ah, da hab ich sie doch angeschaut. Nur, what the fuck. Ich kann sich das Auto-Bombom-bam-bam-bam-bam. Aua. Einfach ruf, ruf, hauen weg. Wir sind wirklich nur von hinten angriffig. Boah. Alter, hau da. Haust du seine Habe wieder weg. Die Elektro-Fieger hilft, die Elektro-Voll. Hm? Was war das für ein so kacktes? Das ist voll geil. Nichts? Du hast gar kein Beweis, was du gesagt hast. Ist Ost richtig? Ich denke schon, das ist aber eigentlich eine sehr wichtige Frage. Ja, ich bin richtig. Oh, da haben wir einen neuen Gegner-Typ. Den hatten wir noch nie. Wir treffen den mal! Schaut aus wie der, äh, also von den Augen her, schaut er aus wie der Professor von, Professor Igitt von Wölches Mensch. Mürbelklinge. Und wie ich dich auch immer gerne nenne? Dombie. Danke. Stimmt, du kennst ihn noch gar nicht, die Dateien, die ich da aufgenommen habe. Danke! Nein, Mann. Na klar. Ja, das war natürlich... Das ist immer nur ein Späßchen. Ich glaube, ich sollte mir näher an das Mikro gehen, oder? Ich weiß nicht. Aber ja, nicht aufessen. Du sollst es nicht aufessen, das Mikro. Ich geh drauf. Oha! Hau sie weg! Hau sie weg! Hau sie! 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 Ah, hab ich das Ding schon aktiviert? brauchst du eigentlich schon das du 79thal straps hast. Was? Mh. 70 Tage? Taler. Achso, Taler! Mh. Mh. das war um 2.30 oder was das war wir müssen aber da hin jump'n run part ja schwimmen jump in kakakakakakak voll geil ja ich weiß nicht wie ich geil bin ok die deckhiste kann man noch nicht Da schon wieder das gelbe Teufel. Ist auch ein Doryotech. Ja, was bringt das? Du schaust wirklich nicht meine Ports an. Ja, aber was bringt das? Da passieren Ereignisse. Ah, ok. Dieser muffige Ort hat was an sich. Pairi? Er erinnert mich an die geheime Höhle zu Hause, wo die immer an die Wände gekritzelt haben. Weißt du noch? Kairi? Sora? Ich glaube, der ist verliebt. Nö. Nunu. What the fuck? Merlin! Ach, den Film war ich früher geliebt. Nö, als ich dachte. Sie haben gewusst das bekommen? Natürlich. Sind Sie ein Herzloser? Wer sieht wie aus? Gott, ne. Das ist alles scheiße, Tim. Meine Güte. Nein. Ich bin Gavagandhal. Scheiße, ich bin Gavagandhal 4. Ich bin ein Zauberer. Ja. Ich reise viel mit meiner 5000 Watt Base Machine. Lies gescheit vor. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Der König hat mich um Hilfe gebeten. König Micky? Ja, eben der. Donat, Ufi. Wer bist du? Junge Mann. Ich bin Sora. Aha. Also, einen Schlüssel gefunden. Mach. Probier sie nochmal. Ich war die Wiere. Warum hat der König Sie gebeten? Ey, warum? Einen Augenblick. Was? Oh. Ich will auch schon in Tasche haben. Da laufen die Schnecken raus. Das sind doch keine Schnecken. Wir sind seine Wohnutensilien. Das erste sah aus wie eine Schnecke. Das war eine Kaffeetaste. Eine Kaffeekanne. Licht. Licht ist immer sehr gut bei dir. Oh. Oh. Äh. Der König bade mich, eure Kunst der Magie zu unterweisen. Kann er schon zaubern. Ich kann jeder Zeit damit beginnen. Lasst mich wissen, Daniel. Wer mit der Unterweisung beginnen wolltet. Oh. Und noch etwas. Aus dem Vorhang. Und. Guckewiss. 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 Gucke. Genau. Kommt hier. Was? Ähm. Wie hießt die gleich nochmal? Hallo. Ich bin die gute Fähigste. Hallo. Hallo. Ich bin die gute Fähigste. Stimmt ja. Mein König hat mich auch. Wehen neu zu helfen. Ich glaub ich leg's wieder vor. Ich stehe euch während eurer Reise zur Zeit. So ist das ziemlich männliche Stimmen. Weiß nicht. Ich glaube keine große Hähne. Genau. Kommt jederzeit vorbei. Er hat halt einen männlichen Akzent. Akzent ist gut. Akzent ist doch milder ausgedrückt. Erstmal speichern. Hey. 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 So. Was will die jetzt eigentlich von uns? Ich mach mir große Sorgen um Cinderella. Na na. Gut. Wir wissen genau so viel wie davor. Aschenputten. Das ist ja mein Bruch. Ich hab ein Buch bekommen? Stimmt. Mein letzter Part. Ich soll es mir also vom Sit bringen. Ich fühle mich doch. Ich möchte wissen was für ein Buch das ist. Aber ich selber nicht. Nicht genau. Eigentlich gehört es mir nicht. Blöden Kopfhärer ey. Die sind so kompliziert sind dran machen ey. Ah. So. Irgendwie hat es den Weg in meine Tasche gefunden. Ja das will ich auch sagen. Wenn ich jemanden bestohlen hätte. Ich war Zittes zu restaurieren. Ich werde es vorher als Tier aufgewahren. Dieses Buch wird Belvoir ein großes Geheimnis. Die verlorenen Zeiten werden es lüften. Uh. Ich stelle das Buch da drüben. Ihr könnt jederzeit einen Blick hineinwerfen. Meinen besten Dank an Zitten dafür, dass ihr das restauriert habt. Ach und wegen eures Steins. Ihr solltet die gute Feder davor haben. Äh. Ich hätte ich das nicht schon getan. Wissen sie was dies ist? Oh das arme Ding. Es hat sich in einen Beschwerungsstein verwandelt. Wieso hat die Fee eine tiefere Stimme Asora? Egal. Ein Beschwerungsstein? Ja, Asora ist in der Pubertät. Diese kleinen Wesen lebten in einer Welt, die von der Dunkelheit verschluckt wurde. Zusammen mit den Welten verschwinden alle Lebewesen. Bäh. Aber dieses hatte ein so starkes Herz, dass es zu einem Stein wurde, anstatt zu verschwinden. Kann man das nicht retten? Doch. Aber nur sein Geist. Jetzt steht... Steht der. Bidi Bambidi Buh. Simba kann gerufen werden. Simba, den kenn ich doch. Das ist doch der Löwe, oder? Von König der Löwe. Okay. Wann immer ihr ruft, wird es euch helfen. Wenn ihr noch mehr davon findet, bringt sie mir. Keine Angst, wenn ihre Welten wiederhergestellt sind, werden sie dorthin zurückkehren. Sura, bitte rette sie. Keine Sorge, das werde ich. Nee, nee, nee. So. Jetzt war es eigentlich wieder mit dem Part, würde ich sagen. Die Zeit ist schon wieder vorbei. Das ist ja ungewohnt, 10 Minuten draus. Ja, aber die Dateien werden sonst zu groß dort hin. Okay. Okay Leute, das war es erstmal. Ich sage danke für die Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao. Ciao. Ciao.